Willkommen in der Corsana Residenz, eine Oase zum Wohlfühlen. Wir sind seit über 25 Jahren führender privater Dienstleister im Bereich der Seniorenbetreuung. In unserer Residenz Krefeld bieten wir ein sicheres, warmes und komfortables Zuhause in über 100 seniorengerechten Wohnungen von 37 bis über 90 Quadratmetern. Sie wohnen privat und ungestört in ihrem eigenen Apartment und gestalten ihr Leben, wie Sie es gerne möchten. Natürlich mit unserer professionellen und liebevollen Unterstützung in allen Belangen. Wir sind in jeder Lebenssituation für Sie da, auch dann, wenn Sie eines Tages mehr Hilfe benötigen sollten. Erfreuen Sie sich an den zahlreichen Serviceleistungen, die Ihnen den Alltag erleichtern. Unser Leistungsspektrum umfasst Wohnen mit Service, stationäre Pflege, Pflege im Apartment und Kurzzeitpflege. Unser breites Spektrum an Angeboten und Freizeitaktivitäten bietet Ihnen viel Abwechslung und die Gelegenheit für interessante Kontakte und gesellige Runden. Vergnügte Runden sind etwas, was in der Corsana Residenz quasi dazugehört. Selbstverständlich sind auch Gäste herzlich willkommen. Ihr leibliches Wohl liegt uns am Herzen. In unserem Restaurant wird mit kreativer, gesunder Küche für wahre Gaumenfreuden gesorgt. Unsere Speisekarte offeriert Ihnen täglich drei Menüs mit vier Gängen. Lassen Sie sich von unserem Servicepersonal verwöhnen und genießen Sie die raffinierten Leckerbissen. Sie können in der Residenz mühelos Kontakte knüpfen, bei Veranstaltungen oder beim Nachmittagscafé. Stärken Sie Körper und Geist, genießen Sie kulturelle Highlights oder machen Sie einen Ausschlug mit. Regelmäßig bieten wir interessante Veranstaltungen an. Durch die zentrumsnahe Lage haben Sie bei uns die Möglichkeit, Ihr Leben aktiv und unabhängig zu gestalten. Corsana Residenz Krefeld – ein sicheres Zuhause.